Aus Ungarn Frau Judith Tevesh I'm a heart of my dreams I'm a heart of my dreams I'm a heart of my dreams Thank you! Mitverstart Nummer 116 Ebenfalls aus Ungarn Frau Petra Pitner I'm a heart of my weight As I hold you near Make the world inside your fear For all the treasure, the pleasure When we are together There will never be your heart To share one heart I want to be your guiding light Be the one who do this right We will hear you all throughout We will once call It's my new dream I dream your life Pink and green and white Blue and gray and light It's my new dream It's my new dream It's my new dream Right here by my heart Thank you sehr! Mitverstart Nummer 148 Frau Camilla Sühle I'm a heart of my dreams 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 I'm sliding into a place Where I'm seen Breathe in and smell them spring And you take my hand Will it take me walk Through the mouth of the right sand Typical galaxy Enjoy the loudest harmony I'm living in a tall famous grass Danke sehr! Aus Winterstadt Nummer 149, aus Tschechien, Frau Veronika Durkhova. Aus Winterstadt Nummer 14, aus Tschechien, Frau Veronika Durkhova. Danke sehr! Ich darf allen... Danke! Qualer turn to your right, eine vierte Drehung nach rechts. Danke sehr! Danke sehr! No posing, no posing, no posing. No posing! Einfach nur Korrenstellung, ja genau. Noch eine Vierteldrehung nach rechts und alle noch einmal in der Grundstellung, die Runde mit dem Posing machen wir nachher, wo jeder eine Posing machen kann, genau, einfach Grundstellung. Quader Turn to your right, thank you, und wieder von vorne, facing front, und auch bitte eine beliebige Pose von vorne, eine Pose von vorne. Was willst du? Eine Pose. Und turn around, one pose from the back, eine Rückenpose, irgendeine Pose von vorne. Danke sehr. Und wieder von vorne. Ja, wie schaut es mit dir aus, haben die meisten gewertet? Okay, judges? Ready? Ja. Okay? Die Sige, ja. Die Sige, ja. Musik 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 Die Cota turn to the right. Die Cota turn to the right. Und wieder von vorne. Face the judges. Die Cota turn to the right. Beginnen mit den Pfiffbosen. Abdomen sind tight. Bauch und Bälle. Kappel Biceps. Kappel Biceps. Ja. Kappel Biceps. Kappel Biceps. Kappel Biceps. Kappel Biceps. Wir sind jetzt alle Bedeutungen. Wir haben einen Bedeutady gezogen. Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Danke! Danke! Most muscular, unsere Frau! Danke schön! Danke! Bitte mal die 142 Tasche mit 143! Danke! 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 Side Chest! Frage! Danke! Frage! Seite! Seite! Danke. Von der Seite. Kampfer bicep. Danke. Kampfer. Danke. Frohe Spaß, Kampfer. So, Leute. Stellt's dir wohl heute. Viel Gas. Ich hör nichts vom Publikum. Super. Danke schön. Ja, wir hatten Sie sicher. Mit 7 zu 5 Stämmen. Knapp aber doch. Und der Friedhof verdient. Bitte schreibt noch mal 100. Ich muss selber noch mal aufschauen. 143 Jahre. Ich bin überhölt. Ich bin überнемs drauf. Ja. Ich bin überhölt. Spitzelung! 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 Danke sehr! Und den Sieger noch mal der Leinung-Foto. Spitzelung! 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 Die Nummer 149 von Cefi und Veronika Durkova. Bitte bleiben Sie hier. Danke. 3. Die Nummer 106 von Judith Temes, Ungari. 2. Die Nummer 148 von Camilla Süle. 3. Und der Winner von Ungari, Nummer 116, Petra Pitna. 3. Ein bisschen Posen von den Fotografs. Und immer schreien. 3. Ein großer Applaus für diese entzückende Damenklasse. Wirklich super. Wenn man im Fitnessstudio ist und solche Figuren sind beim Trainieren, wird es gleich ein bisschen leichter. 3. 4.